So meine lieben Freunde, jetzt gibt es hier wie immer am Montag quasi ein kleines Rückblicksvideo vom Wochenende bezüglich unseres Nachwuchses, aber auch unserer ersten Mannschaft und eine kleine Vorausschau auf die Woche. Wie sieht es denn aus? Also Nachwuchsbericht plus bei uns natürlich Verletzten-Situationen, Kämpf Tabakowitsch und Co. Wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran und wie wir gestern gesehen haben, wenn ich es erwähne, dann bringt das auch viel und wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst gerne ein Like da, hilft immer sehr, auch wenn es nervt, wenn ich es am Anfang sage und wir sind heute wie immer montags natürlich um 21.30 Uhr auf Twitch online, das auch nochmal gemerkt und falls ihr ganz viel Zeit habt und viel Content braucht, auf unserem KNIFE-Kanal gibt es ein Video zu den Trainerentlassungen zu Tim Walter, ist ja für uns auch nicht unrelevant oder irrelevant und Jan Sievert sowie den Bundesliga-Rückblick, beides online auf KNIFE. Aber lasst uns reingehen und loslegen mit dem Nachwuchs, beziehungsweise erstmal mit unseren Frauen. Da beginnt die Rückrunde erst am 3.3. wieder, deswegen haben die am Wochenende nicht gespielt. Auch unsere U17 blieb noch spielfrei in der B-Junioren, Bundesliga Nord-Nord-Ost. Da ist jetzt am Wochenende das erste Spiel gegen Kiel am Sonntag, da geht dann quasi die Rückrunde los, drücken wir unseren Jungs da auf jeden Fall die Daumen von der U17. Ich glaube, die sind derzeit auf Tabellenplatz 3 in der B-Junioren-Bundesliga Nord-Nord-Ost. Ja, ich habe es nochmal gecheckt, Platz 3. Natürlich ist nach oben noch was möglich, wenn gleich RB Leipzig da schon acht Punkte Vorsprung hat. Also einfach Daumen drücken. Kiel übrigens auf Platz 5, obwohl sie dieses Jahr erst aufgestiegen sind. Unsere U19, hatte ich ja schon drüber gesprochen, hatte ihr Nachholspiel am Mittwoch im Derby gegen Union, die ja auch oben mitmischen, 2-1 gewonnen und somit Tabellenplatz 1 weiter ausgebaut. Jetzt kommt aber das Interessante. Am Wochenende hatte Hertha dann spielfrei unsere U19. Und Wolfsburg, unser erster direkter Verfolger, hat ein Spiel. Und zwar gegen RB Leipzig. Und sie haben tatsächlich mit 4 zu 2 verloren. Bedeutet, nun ist Wolfsburg auch spielgleich mit Hertha. Also beide haben 16 Spiele. Union hat 16 Spiele. Hertha hat 16 Spiele, die beiden Verfolger. Hertha hat sieben Punkte Vorsprung vor dem VfL Wolfsburg. Hat elf Punkte Vorsprung vor Union Berlin. Sieht also richtig gut aus in Richtung Staffelsieg. Es sind natürlich noch zehn Partien zu spielen. Da können sieben Punkte auch noch aufgeholt werden. Aber wir haben eine tolle Ausgangslage uns geschaffen mit Oliver Reis. Herzlichen Glückwunsch da an unsere Jungs auf jeden Fall. Und da unsere U19 am Wochenende spielfrei hatte, durften einige dieser jungen Kerls dann in der U23 im Herrenbereich in der Regionalliga Nordostrand. Da haben wir am Freitag gespielt gegen VSG Altglienicke. Unter anderem mit einigen Ex-Herternern bei Altglienicke. Nämlich Abu Alpha. Vielleicht kennt den der ein oder andere noch von euch. War ja auch lange bei unserer U23. Mittlerweile 24 Jahre alt. Ist ja auch der richtige Weg. Also wenn du einen Spieler hast, wo du merkst, der entwickelt sich nicht so, dass der in Frage kommen würde für die erste Mannschaft. Dann musst du ihn im gewissen Alter auch abgeben. Klar, du brauchst vielleicht die eine oder andere Stütze immer. Aber du musst ihn dann abgeben, weil die zweite Mannschaft soll ja als Zwischenschritt quasi gelten für die, die vielleicht auch manchmal ein bisschen länger brauchen. Oder auch für Verletzte oder Spieler, die Spielzeit brauchen aber schon zum Kader der ersten Mannschaft gehören. Aber nicht jedes Mal in den Spieltagskader berufen werden. Deswegen Abu Alpha nicht mehr bei uns. Außerdem noch ein Ex-Herthaner, Jonas Dürkner. Der hat auch ein Tor erzielt. Hertha hat leider mit 0 zu 2 zu Hause verloren. Eben durch Jonas Dürkner. Der hat sein erstes Tor für Altglienicke erzielt gegen seinen Ex-Klub Hertha. Und Purié wird ja glaube ich ausgesprochen per Elfmeter. Den Elfer hatte übrigens Abu Alpha, also auch ein Ex-Herthaner rausgeholt. Also zwei Ex-Herthaner sorgen da für einen Sieg gegen unsere U23. Schade, aber Altglienicke ist auch eine gute Mannschaft in der Regionalliga Nordost. Sind jetzt auf Platz vier. Unsere Herthaner auf Platz elf mit 24 Punkten. Aufpassen. Nur noch vier Punkte Vorsprung vor dem ersten tendenziellen Abstiegsplatz vor Lok Leipzig mit 20 Punkten, die auch noch zwei Spiele weniger haben. Dieser Purié ist auch krass. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere ihn noch kennt. Hat eine wilde Karriere. War unter anderem mal beim FC Liverpool unter Vertrag und spielt jetzt einfach bei der Vsg Altglienicke. Kann er noch mal ein paar Ex-Klubs von ihm nennen. Vielleicht erkennt der eine oder andere ihn doch wieder. Er war beim KSC. Er war bei Kaiserslautern. Bei Meppen Eintracht Braunschweig. Kopenhagen. Wie gesagt, auch mal ganz kurz bei Liverpool. Tusk Koblenz 1860 und eben jetzt bei Vsg Altglienicke. 33 Jahre ist der Mann alt. Bei uns auch ganz schön. Umso mehr muss man das natürlich loben, wenn wir dann den Übergang finden wollen. Kwasigroch wieder im Tor. Tim Hoffmann hat gespielt und hat auch durchgespielt am Freitag noch und Sonntag dann sein Zweitliga-Debüt ja bei uns gegeben. Bradley Ibrahim hat sein Pflichtspiel-Debüt, zumindest mal für das U23, gegeben. Gustav Christensen auch von Anfang an mit dabei. Genauso wie Ibo Maser, die ja dann alle Sonntag wiedergespielt haben. Also kann man vielleicht auch noch mal dazu sagen, um die Leistung noch mal ein bisschen einzuordnen. Wenngleich ich ja sowieso die Leistung von Tim Hoffmann jetzt nicht schlecht fand für sein erstes Spiel. Man hat halt nur gemerkt, dass uns dann ein bisschen die Zuordnung gefehlt hat. Ja, Spiel gegen Fürth. Was kann man denn vielleicht sagen? Wir werden sicherlich heute Abend im Stream da noch mal ausführlicher drüber sprechen. Ich habe gestern schon gesehen, ganz viele haben dann geschrieben, ja jetzt müssen alle Dardai-Kritiker ruhig sein. Ich finde, die Kritik an der Spielweise hat ja, ändert sich ja nicht durch einen Sieg jetzt 2-1, wo man, wenn man ehrlich ist, eigentlich auch unentschieden spielen kann. Aber trotzdem war das eine sehr gute Leistung und ich finde, man hat auch richtig gute Ansätze schon im Spielaufbau gesehen und man hat auch einen klaren Plan erkannt, um erst mal wieder einen Sieg einzufahren. Und die Mannschaft war wirklich gut eingestellt. Die war richtig bissig, die war nah an den Gegenspielern dran. Also das, was ja eigentlich Pahl und seinen Spielstil auch immer ausmacht. Dieses konsequente Verteidigen war absolut gegeben und das ja unter wirklich widrigsten Bedingungen. Das muss man wirklich mal zugutehalten. Also am Ende hatten wir eine IV von Clemens und Hoffmann, die zwar früher mal so in den Jugendbereichen miteinander gespielt haben, aber jetzt auf Zweitliganiveau, wo Clemens dann der Erfahrene ist. Dann noch Gustav Christensen als 19-Jährigen draußen. Ich habe es gestern im Video ja schon erwähnt. Also von daher wirklich großes Kompliment und auch bei Barkok zum Beispiel, da hat man ja erkannt, der hat jetzt nach vorne nicht viel Positives zustande gebracht, aber der war ganz essentiell. Und ich glaube, der sollte sich auch auf seine Aufgaben im defensiven Bereich nicht beschränken, aber konzentrieren. Das war so typisch, du machst jetzt genau das, was ich dir sage von Paldada. Und die Leistung von ihm gegen den Ball war wirklich richtig gut. Also da kann man auf jeden Fall mal einen Lob aussprechen. Und ich freue mich ja, wenn so viele Jugendspieler einfach eingesetzt werden und das Vertrauen bekommen. Das ist einfach der Way to go. Und da muss man wirklich auch Pahl für loben. Er hat halt auch keine Ängste davor, Jugendspielern Chancen zu geben, wenngleich natürlich auch gar keine Alternativen mehr da sind. Gechter vorher ausgefallen, Leistung war gelb gesperrt. Und da kommen wir eben schon zum Nächsten. Wir kommen aus dieser krassen, verletzten Misere einfach nicht raus. Jetzt hat sich Kemp verletzt, musste ja vom Platz so halb getragen werden. Heute gab es das MRT. Es ist ein Außenbandriss. Also nicht jeder, aber die meisten, die Fußball spielen, hatten das schon mal inklusive mir. Wird jetzt damit gerechnet, dass er in drei Wochen erst wieder da ist. Natürlich total bitter, weil er vielleicht sogar das beste Spiel dieser Saison für uns abgeliefert hat. Nicht nur wegen seiner zwei Tore, sondern auch defensiv toll gespielt hat zusammen mit Clemens. Und ich ihn ja sowieso nicht so krass schlecht fand wie viele von euch, sondern er gesagt hat, der muss halt diese Fehler rauskriegen. Aber ansonsten ist er eigentlich häufig der beste in der Verteidigung. Bloß eben diese Fehler sind katastrophal und dürfen ihm nicht passieren. Ja, fehlt uns jetzt drei Wochen. Weiß nicht, ob Martin Dada jetzt am Freitag wieder fit sein wird. Wäre natürlich eine Alternative, wenn man jetzt an einen Linksfuß denkt. Schade eigentlich, denn diese Kombination aus Clemens und Kempf fand ich vielleicht, wenn wir jetzt auch an Gegner natürlich denken, der offensiv spielen will, fand ich vielleicht bisher die beste IV-Kombi der Saison, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben sich super ergänzt. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass wir durch Clemens und Kempf, gerade auch durch Clemens, endlich mal eine schöne Spieleröffnung hatten, wo du auch mal dich traust, einen flachen Ball im Zentrum zu spielen oder durch eine Kette durch. Nicht immer nur quer auf Kenny, der spielt wieder zurück und dann kommt der lange Ball. Ist echt schade. Ich wünsche Kempf gute Besserung. Ob da drei Wochen wirklich reichen, wird man sehen. Er selber kann das ja ganz gut einschätzen, meinte Paldadei mit seiner Erfahrung. Hoffen wir, dass Kempf schnellstmöglich wieder fit ist als Alternative. Aber da muss am Wochenende die IV schon wieder umgebaut werden. Aber wenigstens ist ja Leistner wieder zurück. Vielleicht geht auch Clemens wieder in die Sechser-Position oder er spielt zusammen mit Leistner. Wir werden sehen. Tabakovic soll wohl am Wochenende auch noch ausfallen gegen Magdeburg. Knieverletzung, Schlag aufs Knie. So eine richtig detaillierte Kommunikation von Hertha gab es allerdings dahingehend noch nicht. Da waren ja wilde Gerüchte auch im Internet unterwegs. Mal gucken, was da rauskommt. Gegen Magdeburg fehlt er uns wohl. Wo uns ja auch Niederlechner definitiv fehlen wird, der echt ein gutes Spiel gemacht hat gegen Gräuter Fürth. Ein ziemlich gutes sogar. Leider durch diese unnötige gelb-rote Karte. Da muss er sich ein bisschen zurückhalten. Aber er hat trotzdem ein tolles Spiel gemacht. Das heißt, entweder Previak gegen Magdeburg oder aber mal einen Scherhand im Zentrum ausprobieren. Ich glaube jetzt nicht, dass er es so macht wie in der zweiten Halbzeit dann mit Christensen im Sturm. War für mich auch nicht so optimal. Ich glaube nicht, dass er so ein Heimspiel gegen Magdeburg angeht. Vielleicht ein Ibo-Maser als so falsche Neun oder einen Doppelsturm. Mal gucken. Hoffentlich ist Previak am Wochenende wieder fit. Soll ja wohl Magen-Darm gehabt haben. Also unsere verletzten Misere hört irgendwie einfach nicht auf. Da kannst du ja auch nicht mal jemanden einen großen Vorwurf machen. Kempf springt einfach völlig motiviert, so wie wir es ja auch wollen, nach der Ecke hoch und verletzt sich da und reißt sich da das Außenband. Also ja, verletzten Misere hört einfach nicht auf. Aber wir haben ja mittlerweile echt einen breiten Kader und viele Alternativen. Da muss man halt so flexibel sein, dass man auch jedes Mal umbauen kann. Was natürlich nicht schön ist, weil so ist es umso schwerer, Automatismen zu entwickeln, wenn du nicht so deine Startelf hast. Aber das ist auch immer die Chance, gerade für junge Spieler zu überzeugen, von sich reden zu machen, von sich zu überzeugen. Und ja, ich würde es gerne mal sehen, dass man so ein Ibo Maser mal über ein gesamtes Spiel sieht, so wie damals gegen Wolfsburg in seinem zweiten Bundesliga-Einsatz. Auch wenn er natürlich ein ganz anderer Stürmertyp ist, da musst du natürlich dann völlig anders spielen. Aber gerade gegen diese, da werden wir dann am Mittwoch nochmal zu kommen beim Vorbericht, gerade gegen diese Magdeburger, die immer mal wieder individuelle Fehler auch in ihrer Innenverteidigung haben und auch nicht immer sehr, also wenn du so an so einen Lawrence denkst oder Pizzini oder wer auch immer da spielt, das sind jetzt auch nicht die wendigsten. Vielleicht dann mal mit so einem wendigen, mit niedrigen Körperschwerpunkt technisch starken Maser. Vielleicht ganz interessant. Ja, wir hoffen auf jeden Fall auf das Beste bei unseren Verletzungen. Ich würde mir auch wünschen, ich weiß nicht, wie fit er ist, aber Duzia kam ja auch nicht zum Einsatz, war jetzt das erste Mal auf der Bank. Paul hat ja vor dem Spiel gesagt, eventuell spielt er sogar von Anfang an. Er hat ja jetzt gar nicht gespielt, wäre ja auch eine Alternative gewesen, nachdem man Palko rausgenommen hat. Wobei er Duzia eher auf der 6- oder auf der LV-Position sieht. Bin gespannt, wie es weitergeht. Viel Rotation. Würde mir natürlich wünschen, dass wir jetzt den zweiten Sieg in Folge mal einfahren können, um auch ein bisschen Ruhe reinzubekommen, um da nicht den Druck zu haben. Den größten Druck haben wir jetzt erst mal genommen. Aber man sieht auch die Ansprüche bei anderen Vereinen. HSV hat sich heute vom Trainer getrennt. Wie gesagt, guckt euch gerne das Video dazu an. Bin auch gespannt, wer da weitermacht. Erstmal macht es der Co-Trainer, der ehemalige, der Merlin. Mal gucken, ob der jetzt interimsweise erstmal die Chance kriegt und dann neuer kommt. Sind ja unter anderem Baumgart, wer ja auf dem Markt. Bin gespannt, wie die zweite Liga weitergeht. Die ist so eng. Jedes Wochenende passieren Sachen, mit denen man nicht rechnet. Jede Woche schlägt irgendjemand jemand anderen, womit man nicht gerechnet hat. Ist echt, auch für neutralen Beobachter, eine ziemlich interessante Liga, wo viel zum Ende auch noch hin drin sein wird, beziehungsweise viel auf dem Spiel steht für viele Mannschaften. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kurze News-Update gefallen. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Bleibt unserer Hertha treu. Hau he. Und gönnt euch vor allem mal von dem Lied, was neu angestimmt wurde aus unserer Kurve, das Video von Hertha TV. Richtig cool. I believe I can fly. Melodie hat mir sehr, sehr gut gefallen. Richtiger Ohrwurm. Jetzt schon, ja, würde ich schon sagen, so eins meiner Lieblingslieder. Lustiger Text auch. Sehr, sehr cool. Ja, und schöne, erfolgreiche Woche euch. Ciao. Hau he. Hau he.